Häh? Her mit zwei süßen Tees, aber ohne Zucker! Wer seid ihr denn? Redest du mit mir? Du redest also mit mir? Ja. Du redest mit mir? Ja, ich rede mit dir. Ganz ruhig, mit dem Helm auf dem Kopf höre ich schlecht. Das ist mein Restaurant und ich kenne euch zwei nicht. Ich bin Kettensäger und dieses räudige Tier hier ist Axtpfötchen. Tja, hier bedienen wir nur Biker. Woher soll ich denn wissen, ob ihr Motorradrowdies seid? Ganz ruhig Axtpfötchen, ganz ruhig. Natürlich sind wir Motorradrowdies. Wir sind mit der Maschine da, die den Eingang versperrt. Und ich habe Insekten zwischen den Zähnen. Wow. Axtpfötchen hat auch Tiere zwischen den Zähnen. Glaubst du uns nun endlich? Tja, dann haben ein paar so harte Biker wie ihr sicher kein Problem auf Daisy zu reiten, unserem Odeo-Bullen. Kein Problem. Reiten wir. Du sitzt verkehrt herum. Reiten wir. Okay. Mal sehen, wie lange du dich auf Daisy so halten kannst. Na, nicht übel für ein Kinderkarussell. Zeit, etwas aufzudrehen. Wann wird es endlich etwas wilder? Gamm, 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 gamm. Wenn du wirklich eine Herausforderung suchst, versuch's mal im Stehen. Das verlegt deinen Schwerpunkt etwas nach oben. Gamm, 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 gamm. Höher, hot. Dass du auf einem Rodeo-Bullen reiten kannst, macht dich noch nicht zum Biker. Ein Biker muss hart drauf sein. Bin ich, ich bin stahlhart drauf. Ich fordere dich zum Armdrücken heraus. Bin dabei. Eins, zwei. Hey, du hast nicht drei gesagt. Dein Pech. Das hier sind Rowdas Haus und Rowdas Regeln. Übrigens, ich hatte vorhin ein Thunfisch-Zwiebel-Sandwich mit Schweißfußsacken. Schnurr. Ah, hey, du schummelt. Rowdas Rockerhaus Regel Nummer eins. Es gibt keine Regeln. Gewonnen. Das zählt nicht. Rowdas Rockerhaus Regel Nummer eins. Ich mach die Regeln. Nicht so schnell. Ich glaub immer noch nicht, dass ihr Biker seid. Was willst du denn noch? Einen Chili-Ess-Wettbewerb. Geht klar. Zuerst die extrem scharfe Chili. Du bist dran. Das war gar nichts. Als nächstes die irre scharfe Geister Chili. Ich bin dran. So was nennt man also heutzutage irre scharfe Geister Chili? Was hältst du dann von der Himalaya-Feuer? Was denkst du dir nur Chili? Nicht die Himalaya-Feuer. Was denkst du dir nur Chili? Nichts passiert. Ja, ich dachte... Riech! Nicht meine Angst, Füllchen! Ich brauche Milch! Ich brauche auch Milch! Hör damit! Himalaya-Feuer-Soft! Was denkst du dir nur? Eine geht noch! Ja! Ja!